als die ist sogar die Frau. Das ist das erste Mal seit Monaten, dass ich was fühle und empfinde für eine Frau. Schon als wir uns unterhalten hatten bei euch, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine tolle Frau irgendwie. So ganz anders war das eins. Nun ist die auch keine 20 mehr, die ist ja 37, aber die ist ein ganz tolles Mädels. Wir haben uns Stunden unterhalten über Ruth und die Welt. Und sie ist einfach der Meinung, dass ich das noch nicht die Richtige gefunden hatte. Es fehlte einfach die Richtige. Mit Casanova hat das wahrscheinlich Jutika-Chancen, ja. Aber dadurch, dass ich nie die Richtige gefunden habe, bin ich natürlich immer weiter auf Freias.